Wir haben schon wieder einen dabei, der mehrere Helden auf Level 10 hat. Und zwar Nova mit dem Spieler D.I.V. Das waren irgendwelche düsteren Helden. Weiß ich nicht mehr gerade. Und ich habe gerade nochmal bei den Symbolen geguckt. Und das gerade eben war auch eins mit, ähm, für drei Helden Level 10. Und ich habe auch mal nach Tyrell geguckt, da ich den ja jetzt schon auf Level 10 habe. Aber für den gibt es kein Symbol. Oder keine Kombination, in der Tyrell vorkommt. Two-Sills Tyranade kommen vor, aber kein Tyrell. Hm, leider. Na, kommen aber noch andere nicht vor. Da müssen, sollten sie noch daran arbeiten. Ich meine, klar, Tyrell ist ein bisschen eigen als Engel, aber, ähm... Man kann ja ähnliche Gestalten, äh, noch dazu stecken. Gibt's aber eigentlich gar nicht, oder? Hm. Vielleicht sollte man eins machen für... Irgendwelche... Assassins... Nee, der ist ja... Was ist der überhaupt? Krieger ist er. Krieger? Müssten wir ein paar Krieger zusammenstecken. Schwertkämpfer. Meinetwegen. Oder irgendwie sowas, aber... Gibt's leider nicht. Heroes. Prepare for combat. Hm. Sounds serious, friend. Hey, I'm on the job. Der Held, wenn ihr... Hm. Drei auf vier Sekunden, dann... Mach ich das lieber so. Zwanzig Sekunden Abklingzeit ist ja... ...unt okay. Also ich weiß ja nicht, aber Xun in schwarzer Kleidung auf einem Einhorn... Ähm... Hier wir go. Ich sprich für einen sehr schräg... ... Soldat. So. First blood. First blood. Incredible. Come on. We've got life to save. Just to us. Ich muss mich echt daran gewöhnen, dass die alle auf mich gehen. Ja, wir haben Leben zu retten. Hurry, aktiviere die Schreine, und die Drogen ist dein. Ja. Okay. Also 1% Mana ist jetzt schon extrem wenig. Das müssen wir machen. Okay. 33% mehr Schaden. Hm. Was ist mit dem Schild? Was ist mit dem Schaden? Ich muss dich helfen. Was ist die? Was ist mit dem Schaden? Hm. 33% mehr Schaden. Okay, jetzt könnte ich mich nicht mehr heilen. Ja. Ja. Ist das Schild? Ja, das ist so gut. Boah. Boah. Ah. Ich bin jetzt verliebt auch noch. Ja. 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 Ich bin jetzt mit dem Schaden. Schaden. Was haben wir denn? Oh mein Gott. Uther ist tot. Schon mal gut. So, dann werde ich mal gucken, wo die Mule hin muss. Tatsache nur, yeah. Der Mist, ich hätte mich irgendwo hinstellen sollen. Aber gut, das hat dem Mule nichts mehr zu tun. Das hat dem Mule nichts mehr zu tun. Das hat dem Mule nichts mehr zu tun. Das hat dem Mule. Das hat dem Mule. Woa, 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 woa. Das war's. So, verdammt. Hier ist so weit weg. Nicht ein Problem. Ich habe einen Retreat. Ich werde wieder zurückkommen. 12% Manna. Bisschen schwach. Bisschen schwach. Oh, die Mugel kann wieder hierherkommen. Da ist recht wenig. Hier auch. Okay. Spend so much. Das ist Hubert. Ich bin ein Blast, aber ich bin ein Blast. Nein! Oh, ich bekomme nicht gleich gut mit mir sein beim Heilen. Verdammter Hacker. Der blöde Krüner ist zu mir gekommen. Ops, ich bin weit vorne gelandet. Ich hoffe die Mule existiert noch. Ja. Nimm doch nicht den Brunnen, wenn ich dich heile. Ich verdiene so die Heilung auch gar nicht. Oh, nein. 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 da so ein traiter Tracers, natürlich. So, Will, GSR ist okay. So, wir haben einen bisschen nach oben. Was ist da? Was ist da? Ob er keine Ahnung hätte. Okay. Das ist nicht gut. Schönerweise halte ich mich durch irgendwas selber. Ah, nur Pflaster. Okay. Das ist genau wie bei nur bei denen. Richtig coole Eigenschaft. Hm. Okay, schick ich mal da oben hin. Ich brauche ja momentan nix. Schranklöster. So. Das wird nicht klappen. Mist, hätten die mal einen Hilferuf oder so gesendet. Dann wäre das noch... Das ist ja klar gegangen, aber... Das ist natürlich jetzt... Das ist natürlich jetzt... Dragon. Unleash its power. Scheiße. Ich weiß nicht. Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Was ist denn... Aber... Ich weiß... Ich weiß... Verdammt, so greift an! No no no, da gebe ich dir die Scheiße. Den Mist. Ich verwende was. Ich kann nicht alles mit der Mule retten. Scheiße, dass sie zu wenig erwischt. Schön, dass du da Hilfe brauchst. Aber ich brauche hier gleich wieder eine Mule. Und die habe ich momentan nicht. Ja. Ja. Ja, das ist schon ein Klassiker. Ich bin natürlich nach Zirka geflieben, wenn ich gar nicht springe. Ich habe doch auch... So verdammt. Ja, dass die Leute das nicht sehen. Die waren alle fünf weg, die sind bestimmt zwei. 20 ist jetzt nur eine Probeangabe. Ich meine, es waren irgendwie 18 oder so, aber... Alter! 18 Sekunden, das Ding wäre kaputt gewesen. Genauso wie der Brunnen am Ende. Und der macht es einfach nicht. Mano, mano, mano. Achso, Molo. Komm mal, Mann. Was ist jetzt da hin, verdammt? Was ist das echtes? Sicherlich nicht, aber... Was ist das? Wo ist es zu, wirklich? Was ist das nicht? Was ist das? Warum? Was war das? Vielleicht hab ich einfach mit dir. Wir sehen uns nicht. Juste, wir sehen uns nicht. Äh... Wab ich einfach nicht. Ich bin schon nicht. Ja, ich bin. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Er hätte kommen können, einfach einen weggelegen, dann wäre das schon gemäßigt gewesen, aber nein. Xul war noch halb voll. Oh Mann, wenn er so auf die Sicherheit spielt. Oh Mann, das ist so trinkend. Oh Mann, das ist echt schwierig. Vor allem, weil ich leicht darauf gehen kann. Da, da, ich krieg sie. Da war... Komm schon. Scheinbleibes. Oh, es ist Xul. Oh Mann, das ist echt nicht gut. Der ist echt nicht gut. Ich meine, der macht eine Menge Schaden, aber... Ich weiß fast wie die Leute, die nur am Jungle sind. Die nur am Jungle sind, wenn man sie brauchen kann. Na ja. Na ja. Na gut, davon hat man ja immer wirklich... Na ja. Der teleportiert mich. Ich weiß nicht, dass ich so... Jane. Gut. Ich habe jetzt auch andere Möglichkeiten gesehen. Tracer ist tot. Einzige, die dann wirklich... ...nach es gegensetzen kann. Ich bin so... ...wenn ich oder... ...wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich mich... Ich denke ich knallt jetzt mal an, warte. Wo war der Rest? Es müssen ja noch zwei unterliegt sein. Ah, ist doch... Der Absatz ist jetzt super. Der Absatz ist super. Nehme ich statt Andere. Ich glaube ich schreib mal mit. Ah, wie auch immer. Man schreibt es anders. Das ist relativ sicher. Ich bin ganz sicher. Oh, ich mag es hier. Das Protegy. Ich muss wieder. Ich mag es mal sagen. Die Mole vielleicht noch zu dem Vor. Aber columns zu. Aspen. Also stehen wir. Also stehen wir. Ok. Oh, ich habe es nicht. Oh, ich war zwei, ich bin großartig. Drei-fach-Kill oder so? Komm schon. Nein, nein, nein. Da fehlt mir der Granat unglaublich. Ich hab das schon zurückgeholt. Ich hab das schon zurückgeholt. Ich hab das schon zurückgeholt. Wo? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Wow. Okay. Das ist aber kalten. Scheiße. Klasse. Your killing screen. Das endet. Also... Mit so nem Xul ist das echt schon schwer. Sehr schwer. Der Wonder... 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 Hm, hm, hm. Noch 377 Sekunde Einspiele brauche ich noch. Gut. Auf geht's. Moment. Ah, jetzt reagiert das wieder nicht. Gut. Ah.